und ich gucke zweimal haben wir noch was bekommen von dem typen bezüglich der ganzen dick da ist wirklich ein bestimmtes pokémon von ihm haben will sander anklage gut 40 dick da brauchen wir damit wir weitermachen können also müssten hier ein gruß gefördert noch genau tatsächlich jetzt die bunder hinter uns haben wir also an der spitze unseres und seine spitze system haben gerade herum ob ich hier noch etwas gesehen habe ich habe das nicht so gut das wollen wir haben sonst mache ich das einfach auf screen natürlich mit jeder wird auf der insule um eins mit jeder auf der insule um eins mit jeder auf der insule um eins ja ja sagen wir doch da hinten bestimmt auch da kann man nur tp und das richtig sehe ne es ist nur ne 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 weg ne weg von dir ne 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 da ist schon jemand zu Hause ne da ist schon jemand zu Hause ne 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 das mit da ne 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 Aber die anderen 8 Diktar suchen wir dann nächste Folge. Bis dann. Tschüss. So, weiter geht's mit der Diktar-Suche hier. Alle arbeiten, haben wir abgearbeitet. Alle Prüfungen gestanden. Und wir suchen fleißig nach. Hallo, der Diktar. Hier, so fleißig, wer deiner Halle oder Diktar. So. Hier eins, ne, es ist nur ein Scheinstein. Egal, dann muss es Mike. Ich glaube, ich brauche noch irgendwie 8 Stück oder so. Ich gucke mal, ob die Diener nachkommt. Ich gucke mal, ob die Diener nachkommt. Wieder bitte sind da welche noch drauf. Wenn wir noch 1, 2 Inseln. Also du weißt das, okay. Ich brauche keine... Ich habe irgendwo mein Telefon da. Lass mich die Karte drauf, dann weiß ich nicht mehr ruhig. Mein Vorhaber ist hier denn... Hier. So. So. Gut, das dann zu. Ich bin jetzt fast gedacht. Das Problem, ich weiß nicht genau, welche ich schon habe, welche ich nicht habe. Was ist das Problem an der Sache? Nein, ich möchte mich gerade nicht. Gut. Das Problem, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht genau alle weiß. Aber die Mama war wahrscheinlich doch überhaupt auskriegen. So, das ist da oben schon viel große Insel. Dann fahren wir da mal hin. Da sollen nämlich auch noch zwei sein, weil da war ich. Oh, eine Rotor. Eine Rotor. Was ist das? Ein Kühlschrank-Motor-Rotor? Ja. Heiß pro Kommen. So war das. Nur so zu Pfannen. Okay, jetzt will ich. Heiß ab. WTF? Na, hier. Ah, duuuh! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, das ist ja nicht. Ja, ich verkehle ich. Es gibt ja nur einen Blizzard hinterher. Ich kriege mit drei Blizzard, okay? Ich kriege mit drei Blizzard hinterher, hinter meiner Merse. Ich kriege mit drei Blizzard hinterher, aber ich kann mich nicht mehr kümmern. Ich muss nicht mehr zählen, aber ich kann mich nicht mehr zählen. Das ist so geil jetzt hier. Ehrlich. Goton ist gefangen. Ich bin da wieder zählen. Ich bin da wieder zählen. So, da unten ist noch ein Dick da. Und hier oben ist noch eins. Jetzt hier. Da ist noch ein Flug. Das ist auf jeden Fall noch eins. Das war dort. Ich schimpfte das nicht mehr. So, diese Insel müssen zwei sein. Wenn ich sie nicht schon habe. Wenn ich sie nicht schon habe. Oh, ein Zoroark. So. Da ist noch eins. Oh, nee. Gastella muss ich schon haben. Nee, jetzt habe ich nicht alles. Ich habe hier noch in den Namen müssen. Und die Frage ist, wo findet sich das letzte Dick da? Die Länge. Das eine ist ja am einen Ende. Das andere ist ja am anderen Ende. Die Frage ist, wo? So. Ich mache jetzt mal eine Zeit mit. Ich habe gerade gesehen. Ich habe schon gesehen. Da steckt es hier in Säckchen Sand. Da haben wir, glaube ich, mehr als genug. Da ist es. Da ist es. Die Frage ist, die Schiffe. Zwei. So. Dann weiß ich, wo die fünf anderen sind. Ich muss mich nur gerade orientieren. Nein. Eins. Nein. Nein. Jetzt müssen drei Stück sein. Da ist noch eins. Die Frage ist, wo bist du. So eins haben wir doch heute. Die Frage ist, wo bist du? So Äh So Hier bist du ein kleines Diktat Zeigst du, ich wohne du bist Was ist das denn? Was ist das denn? So Wenn mir das jetzt hier fehlt Das ist das Das ist die eine kleine Bucht, ne? Dann ist die große Dann sind es nur die zwei Zwei Das ist die große Bucht hier oben Zwei 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 Hier drauf Da ist es Aha Okay Dann habe ich keins übersehen Sondern Dann war das so die kleine Bucht Gut Dann haben wir alle Die wir hier finden sollen Aber das hier nehmen wir noch mit Dann haben wir So So die Frage ist Wo sind die anderen beiden Hier ist noch ein Item Die 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 Schadrago habe ich schon Die Die Frage ist Wo sind die anderen beiden? Die 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 dürften ja eigentlich nicht schwer zu sehen sein Ein bisschen Sternenstaub Sternenstaub Sternenstück sogar Wenn ich da mal was mit Genau so wie die hier So Okay Die Die haben wir mitgenommen Das heißt Wir machen uns mal hier hoch Falls wir schon hier oben waren Hier ist ein Reißschlaus Jetzt wird ich jede Ecke gucken 1 Eins fehlt noch Ein kleines Stück dafür noch. Vielleicht zählt das. Okay, das ist das Kussgefühl. Das ist eher das Falsche. Ich glaube, da haben wir nämlich fast alle. So. Ich will das eine Dedeck noch haben. Ich will das eine Dedeck noch haben. So, ein kleines Stück dafür. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß nicht, wie ich den Klaugaufan ich habe. Ich glaube nicht. Geh mal die Wüsten senke, da findest du welche. Ja. in der nächsten folge kommen wir mal ein bisschen in die türme um wir sind ja noch zwei türme die gesuche zu kalt ist Was ist das denn hier? Hallo, kleines Tick da. Was ist das denn, was ich haben will, das muss ich jetzt ansteigen, ich habe die Zehn und es ist jetzt an. So, in der nächsten Folge gucken wir uns an die Turmung mal um. So, ich muss jetzt... Da ist mal ein Item. Verziehen wir nämlich hier. Und zwar, hier finden wir das. Oh, es ist die TM-80, TP-80 Elektroball. Cool. So. Ist kein nütteres Tick da, weil ich mir den Kittel ver... Fast gedacht, dass er so nice ist. Fast zu Tilo, cool. Ähm... Einen Turm ist auf jeden Fall noch eins, das weiß ich. So, die Frage ist wo. Da sind noch zwei Items. Zum einen ist es die Fiole Zauberwasser. Und zum anderen ist es die TM-98 oder TP-98 Aqua Durchbruch. Die müssen wir tatsächlich schon haben. Das dürfte der Turm... Der Turm des Wassers sein. Da befindet sich auf jeden Fall noch ein weiteres Tick da. So. So. Da befindet sich ein Liter-Stick da. Acht Stück befinden sich doch im Front der Prüfung. Da sind wie gesagt noch einige unterwegs. So. Karte. Ah, freu dich mit der Kuma an. Spricht auch mit... Okay, da müssen wir dann das nächste Mal hin. So. Dann gucken wir mal das... Kusgefälde. Was sind denn hier? Kusgefälde. So. Den gucken wir uns mal an den Typen dann. Aber ob ich tatsächlich das Pokémon geben will, was ich gerne mitnehmen würde. So. Kusgefälde 6. Das sind... Kusgefälde 6. Beide sind so. Wäre gut. 20 Stück fehlen. So. So. Okay. Boah. So ein einiger Unterwitz. So. Was haben wir jetzt? 46. Raichu. Genau. Alola Raichu möchte ich gerne ins Team nehmen. So. Dafür nehme ich dann Elektro jetzt raus. Die Tristream. Äh... Pokémon mit damit. Genau. Weg damit. So. Genau. 50. Dick. Da brauchen wir wieder. Kommt glaube ich... Bekommt glaube ich für 10... Dick das. Prozedigter. Äh... Pokémon von ihm aus der Alola Region. Ja. Dann haben wir das auch durch. Äh... Ich gehe wahrscheinlich sehr. Ich mache wahrscheinlich schon noch auf. Es geht weiter. Weil wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge morgen dann mit dem weiteren Prüfung. Äh... Mit den weiteren Aufgaben aus der Story. Da fehlen uns dann noch einige Stadion. So. Hier soll ich noch Westbury begeben. Hier als nächstes. Das ist das nächste Ziel dann. Pokémon Zettel mal vorbeischauen noch. Und dann mache ich Feierabend liebe Leute. Dann mache ich halt wirklich Feierabend. So. Gut. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon. Pokémon... Äh... Ich glaube. Mit Fahrradfall. Ja. Bin ich auch gar nicht. Äh... Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und danke jetzt weiter mit der Story hier. Ähm... Pokémon Schild. Damit wir das auch nochmal abschließen können. Ja. Und dann sind wir bald durch mit dem Display. Würde ich sagen. Aber... Bleibt uns was hoffen. Bis dahin. Tschüss.